Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Wir schauen uns heute die nächste Division aus dem Tribute to D-Day DLC an und das ist die 6. Airborne Division bzw. auf Deutsch übersetzt die 6. Luftlandedivision, die Red Devils der Briten. Die Red Devils, die 6. britische Luftlandedivision, waren die ersten Truppen auf französischen Booten, als sie in den ersten Stunden des D-Dales im Zuge des waghalsigen Lastenseglerangriffs an der Pegasusbrücke eingesetzt wurden. An dieser Brücke war ich tatsächlich schon. Ich war in den 2000ern einmal im Urlaub in der Normandie und habe mir da die historischen Schauplätze so angeschaut und habe mir auch diese Brücke angeguckt. Nach erfolgreicher Bewältigung ihrer Aufgabe hielten die britischen Soldaten drei Wochen lang einen wichtigen Brückenkopf an der Orne. Dank der schweren Hamel-Kar-Lastensegler kann die Luftlandedivision große Mengen an Militärausrüstung auf das Schlachtfeld bringen. Darunter schnelle Universal Carrier, 17 Fünder-Panzerabwehrkanonen und leichte Tetrasch-Panzer. Eine kleine Anzahl von Gromwell-Panzern sowie die Verstärkungen durch die belgische Brigade Piron, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Form von Daimler-Panzerwagen, motorisierter Infanterie und 25 Fünder-Artillerie runden das Arsenal ab, das den Red Devils zur Verfügung steht. Der sechsten britischen Luftlandedivision mangelt es zwar an Panzerunterstützung, aber sie macht diese Schwäche mit ihrer eindeutigen Überlegenheit im Nahkampf mehr als Wett. Wir gucken mal drauf, wie ich sie erstellt habe, beziehungsweise wie sie wirklich aussieht, denn das Problem sind tatsächlich die Panzer, da sind nicht wirklich viele da. Wir haben zwar Gromwells und in Phase C auch Challenger, die Challenger haben eine Durchschlagskraft von 170 mm, das ist okay, aber die Gromwells mit 90 mm sind zwar halt mobil, aber ansonsten halt gegen gegnerische Panzer nicht wirklich einsetzbar. Und das mit dem Nahkampf ist auch so bedingt, gerade wenn wir bedenken, bei den deutschen Divisionen war es dann teilweise so, dass wir viel mit Panzerbrechen der Infanterie unterwegs waren, also mit Panzerbüchse oder, ne, nicht Panzerbüchse, sondern Bazookas und Panzerfaust oder Panzerschreck und all solche Geschichten, sieht das hier bei den Briten doch ein bisschen anders aus, ne. Also, wir gucken mal die Infanterie durch, ähm, da sind zwar ein paar, ähm, Granaten, hier Flammensachen mit dabei, das ist aber jetzt gerade gegen Panzer nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen gegen Panzer einfach zum Beispiel das hier, eine geballte Ladung, Splittergranate mit HE, wobei das gegen den Panzer auch schwierig werden könnte. Ähm, hier haben wir Heatgeschosse, das ist noch okay, ähm, hier auch wieder diese, diese Granaten und diese Bomben, aber wir sehen halt, dass wir erst in Phase B auch wirklich Einheiten bekommen, die Bazookas haben, mit denen wir uns also wirklich erfolgreich auch gegen wirklich Panzer wehren können. Da kommen dann zwar einige, ähm, und auch in Phase C haben wir dann einige davon, aber das dauert halt eine Weile, bis wir die bekommen. Wir sind also gerade in Phase A sehr, sehr verwundbar gegen gepanzerte Angriffe. Wir haben hier eine 6-Fünder in Phase A, die hat 175 Penn, wir haben eine erbeutete 75er-Pack, eine Pack 39er, Pack 40 ist es dann, der Deutschen. Das sieht man schon, das ist eigentlich ein deutsches Geschütz. Und dann in Phase C die 17-Fünder, die, ja, ihr seht schon, also da ist wirklich Bums dahinter, ne, 170 Millimeter Durchschlagskraft, die Pack 40 hier mit 145 Millimeter. Panzerabwehr ist also unser Problem und unsere Herausforderung. Flugzeugtechnisch haben wir Scouts, die auch als Artilleriebeobachter agieren, aber wir kennen das ja schon. Flugzeuge in den letzten Videos waren nicht immer das Erfolgsrezept bei uns. Zumal auch unsere Flugabwehr jetzt, ähm, nicht unbedingt, das sieht ziemlich lustig aus, nicht unbedingt, das ist, ähm, ja, womit wir, what the fuck, was für eine Konstruktion. Also kurz gesagt, Flugabwehr ist auch nicht wirklich prall. Gut, wir gehen mal zurück. Ich habe jetzt hier wieder den Zerstörungsmodus drin und diesmal auf Nahkampf, auf Ostrovno. Und wir treten gegen eine zufällige, ich will natürlich nicht mit dem Fallschirm kämpfen, ich würde gerne Team wechseln. Ähm, Team wechseln. Und ich würde natürlich gerne mit der sechsten Red Devils kämpfen. Ja, ich weiß aber nicht, ob das hier schon die Vorschau ist, auf was wir als Gegner bekommen. Wir werden einfach mal reinklicken und mal sehen, was passiert. Halt, vorher natürlich. Ich reduziere die Punkte mal, damit es nicht so Ewigkeiten dauert, falls die KI wieder so passiv spielt. So, wir spielen gegen die 122. Infanteriedivision, so wie das hier da steht. Wir gehen mal auf manuelle Aufstellung. Und am Anfang natürlich immer Scout. So. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Sniper, Tetrages. Die Tetrages sind gar nicht schlecht mit 130 mm Durchschlagskraft. Mh. Dafür kosten diese Kettenfahrzeuge hier nur 10. Was haben die für einen Tarnwert? Die haben einen Tarnunggut. Die Tetrages halt schlecht. Also, das dürfen wir nicht vergessen. Die Scouts sind noch mal teurer. Aber das sind auch, ah, da haben wir in Phase A tatsächlich schon die Möglichkeit hier mit gegen Panzer zu agieren. Wir holen uns mal von den Teilen welche, weil die sind tatsächlich günstig, ne? Zack. Natürlich günstig und auch schnell zerstörbar. Das dürfen wir nicht vergessen. Zack. Und hier in den Wald rein. Zack. Eventuell hier drüben noch einen, damit der hier hin spottet. So. Dann Infanterie. Der Plan sollte, glaube ich, sein, zu versuchen, hier irgendwie ranzukommen. Beziehungsweise hier diese Freifläche zu spotten. Hier haben wir, ähm, Flamme. Wobei das ja, das sind nur, ähm, Brandgranaten. Ich stelle die mal hier hinten hin, damit wir die direkt hier durch den Wald durchführen können. Und gebe denen auch mal, erstmal noch einen Offizier mit. Zack. Einsetzen ohne Transport. Das ist interessant. So. Wie besetzen wir denn die Mitte? Das ist, ähm, fraglich. Sollten wir eventuell... Guck mal, wir können doch Panzerabwehr mal... ...eine... ...Sechsfinder hier oben in den Wald reinstellen. Und wir holen uns mal noch einen weiteren Aufklärer, den wir eventuell vielleicht hier in die Position... ...maar zumindest hier in die Position reinbekommen. So. Unterstützung. Zwei MG ist hier noch mit dazu. So. Hier alles sehr, sehr offen. Okay. So. Infanterie. Ihr kriegt einen Offizier. Zack. Und... Was ist der Unterschied von denen zu denen? Die kosten mehr. Ah, die haben ein... Die haben ein Maschine-Gewehr mehr. So. Panzer. Tetrasch. Wir... ...nehmen hier zwei mit. Den stellen wir mal hier an den Waldrand auf. Jetzt haben wir noch 25 Punkte. Das reicht für eine Artillerie nicht. Das reicht für Flugzeuge nicht. Ähm... Da können wir vielleicht mal versuchen mit Unterstützungseinheiten hier mal noch einen MG in den Wald reinstellen. So. Das heißt... Add your service. Wir gehen erst mal hier hängen. Der Scout geht bitte... Ich hab ein bisschen Schiss vor der Position. Der Scout geht mal bitte erst mal hier rein. Die können so bleiben. Der Scout versucht sich davor zu arbeiten. Die laden sich direkt aus. Die hier oben laden sich aus. Der Scout geht mal bitte hier oben rein. Wobei... Die gehen mal ein Stück zurück. So. Und die können da erst mal stehen bleiben. Die können stehen bleiben. Okay. Wir setzen hier gleich mal auf Feuer wieder. Und nicht, dass die anfangen zu schießen, wenn die direkt was spotten. So. Starten wir mal. Wird direkt nichts gespottet. Das ist interessant. Ah, interessant. Okay. Er kommt hier direkt mit Flugzeugen. Das ist natürlich jetzt scheiße. Ähm... Der ist da natürlich jetzt ein ziemliches Problem für uns. Wogegen wir auch aktuell nichts machen können. Äh... Ich hatte ja gehofft, ihm jetzt schon Punkte wegnehmen zu können. Das können wir hier drüben, glaube ich, machen. Der kann von hier oben gar nicht richtig spotten. Das ist scheiße. Da hätte ich mir da mehr erhofft davon. Na gut. Wir müssen ja entweder alle Punkte einnehmen, wie beim letzten Mal. Oder ihm halt, ähm... Die Einheiten zerstören. So, dann holen wir mal Flugabwehr rein. Die müssen abgeladen werden, okay. Dann bringen wir die mal in eine bessere Position. Flack, okay. Okay. Das war im Hintergrund mein Facebook. So, ja. Außer Reichweite. Das ist interessant. Ähm... Wir müssen diesen blöden Flieger da rauskriegen. Gut. Da müssen wir die erstmal dann heranbewegen. Im Moment passiert nicht wirklich viel. So, schießen die hier, die schießen. Das ist gut. Ja, wir können nicht in den Wald reinfahren. Aber die beiden Raketen werfen und setzen nur Druck, das ist gut. Sehr schön. Der zieht sich da zurück. Der wird ja schon getroffen, das heißt, der war gespottet. Ah, er wird zurückgerufen, okay. So, wir brauchen hier mal einen weiteren Aufklärer. Ah, die Wege hier sind blöd. Oh, was haben wir denn dort? Ein Panzer. Ein Sturm, eine Sturmhaubitze. Ne, ne, bleib mal hier. So, greift den mal an. Sehr gut, die haben wir rausgenommen. Wir brauchen halt unbedingt hier einen Scout. Und zwar ziemlich schnell. Da ist die Sturmhaubitze. Verlegt sich, so wie es aussieht. So, zieht euch mal zurück. Hier oben sieht es auch nicht ganz so proper aus. Aber wir haben schon mal ein bisschen was von ihm zerstört. 35 Punkte. Ein bisschen, wirklich ein bisschen. Ah, hier steht irgendwas in dem Wald drin. Was da scoutet. So, was kommt da? Ein Stück 3G. Haben wir da irgendeine Chance mit den Tetraschen? Nicht wirklich, ne. Aber die... Haha, unser Pack hier oben. Getriebe zerstört. Ja, die unterdrücken das Ding wenigstens. Da haben wir einen Tetrasch verloren. Das war eigentlich jetzt klar. So, wir brauchen Flugabwehr. Haben wir noch nicht. Haben wir erst in Phase B wieder. Aber das Stuck ist rausgegangen. Haben das leider mit einem Tetrasch bezahlt. Da kommt das nächste. Äh, wir brauchen mal mehr Panzerabwehr hier oben. Aber die Sechsfinder arbeiten, glaube ich, ganz gut. Fahrer ist tot. So, hier drüben. Der Scout ist da. Das ist schon mal gut. Da ist... Der geht mal da hin. Damit wir hier besser scouten können. Das Stuck hat immer noch einen toten Fahrer. Kriegen wir schon Unterstützung? Ne. Wir haben noch keinen Versorgungs-LKW. Ja, sehr schön. Wird rausgenommen. Gut Job. Schön gemacht. So, und hier kommt die nächste. Hier. Geht mal bitte hier rüber. Der Scout... ...ist da, aber er spottet nichts. Scheiße. Wow. Scheißen, Dreck. Da sind... Da sind... Ähm... Scouts von denen... Das ist natürlich mega gefährlich. Das ist... Dass da Scouts sind, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich brauche hier... Panzerabwehr. Was kommt hier? Das ist die Sturmhautbitze wieder. Die dürfen wir auf jeden Fall nicht mit der Infanterie angreifen. So, hier. Die Pack ist da. Oh nein. Geht mal bitte da hin. Nicht bitte da den Weg langfahren. Das ist zu gefährlich. Da kommt die Infanterie. Das ist gut. Hier haben wir noch einen Sniper. So, da ist die Sturmhautbitze. Und da sind... Das ist Infanterie. Wir können uns mal mehr... Jetzt kommt Phase C... Äh, B. Gucken wir, ob wir uns da hinter den Wald stellen können mit der Infanterie. So, die Sturmhautbitze da oben. Nein, 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 nein. Geht bitte hinten lang. Halt, wir haben jetzt wieder ausgewählt. Oh shit. Okay. So, hier jetzt. Jetzt fährt er ja doch runterlang. Hm. Toll. Das ist natürlich wie die Pack da jetzt. Richtig scheiße. Wow. Jetzt hör doch mal auf, da vorne lang zu fahren. Wie oft denn noch, ihr Dödel, ey. Meine Herren. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hat er den Pack verloren. Das ist richtig scheiße. Ich bin da. Ich bin da. Time to leave from the front. Enemy spotted. He's down. So, erstmal zurück bitte alle. So, wir holen uns hier ein LKW zum Auffüllen. So, hier. Können wir uns jetzt mit der Puck bitte um die Sturmhau bitte kümmern. Sehr schön. Na, hier, wenn sie hier in den Stux lang kommen, haben sie keine große Möglichkeiten. Okay. Sehr schön. Wir haben die Sturmhau bitte da drüben ausgeschaltet. So, Angriff. Wir haben mittlerweile genug Punkte, um uns auch arterliche Unterstützung zu holen. Den geben wir auch einen Versorgungs-LKW dazu. So, dann machen wir die ja mal rund. Hallo, ihr solltet ihr bitte mit drauf. Ah ja, schau mal an. Da oben steht was. Sniper. Das ist natürlich scheiße dort. Voller Angriff jetzt da. Die kriegen den Sniper da nicht raus, ne? Wie sieht's hier auf der anderen Seite aus? Eigentlich ganz gut. Gut, das Problem ist wirklich jetzt hier gerade rechts. Ähm, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Panzer... Ah, keine Panzerabwehr zur Verfügung. Äh, bitte weiter. Jetzt ist unsere Artillerie schon da. Der Offizier bleibt erstmal da in Deckung. Wir schicken die da wieder auf Jagen rein. So, hier hat er jetzt Stuck 3G, Sturmhau bitte. Wir gehen mal hier rein. Oh, was haben wir hier? Ach, weil sie mitten übers Feld fahren, die Dödel. Weil sie mitten übers Feld fahren. Ach, ihr seid richtig schlau. So, geht bitte hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und da lang. So. So, dann... Seid ihr Team Null? So, und wir greifen da an. Huch! Jetzt rutsche ich hier noch. Da kommt ein Führerstuck. Jetzt bräuchten wir hier eine Pack, die wir gerade nicht haben. Das ist ganz blöd. So, die Artillerie ist am einzigen. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Leute wieder einladen. Machen die das auch? Jo, er geht dann schon mal hier hin. Das ist echt von der Steuerung ein bisschen frickelig. Er geht auch da hin. Ja, ja, ihr seid nicht du'd. Wir müssen erstmal hier ein bisschen die Leute einladen. Hallo? Komm, lad ein. Das Führerstuck ist raus. Wir gehen mit den Einheiten da rüber. Ach, und wir werden hier von der Sturmhaubitze angegriffen. Ich verstehe. Ja, ja, alles gut. Wo sind denn eigentlich die Flugabwehrgeschütze? Da. Ja, da haben wir's wieder. Wir werden jetzt wieder wunderbar die Flugzeuge verlieren. Ein Einsatz und sie gehen halt raus. Das ist so sinnlos. Jo, ein Einsatz und wir haben beide Flugzeuge verloren. Ich hasse das. Das ist so für'n Arsch. Immerhin haben wir eben auch ein Flugzeug weggenommen. Das war schon mal was. So, hier Angriff. Scheiß, Stück 3. Ja, fuck. Gucken wir mal, ob wir das Stück irgendwie rausbekommen mit dem, was wir hier haben. Vermutlich nicht. Ja, der Tetrasch geht mit einem Schuss raus. Haben die irgendwas, was sie werfen können? Wir haben die Flammendinger. Da geht der nächste Tetrasch raus. Krass, wir haben's rausgekriegt. Aber natürlich unter vollem Einsatz von dem, was wir da hatten. So, hier bewegt euch mal davor. Wir holen da jetzt mehr Infanterie ran. Und zwar Infanterie, die auch wirklich was gegen Panzer machen kann. So, und auch noch Flugabwehr. Hier in den Wald rein. Sehr gut. So, der Sniper geht bitte hier ran. Und wir stehen da erstmal gut im Wald. Hallo! Na, da haben wir noch was gefunden. Wen haben wir da jetzt angewiesen, drauf zu schießen? Nein, hier sollte das schön stehen bleiben. Das ist doch wahnsinnig. So, der Scout da. Was haben wir denn da stehen? Oh, eine 8-8er. Uh, 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 uh. Komm erst mal der Scout da raus. Ja, sehr gut. Jetzt erstmal hier hinter zurückziehen. Das ist sehr gut. Ja, Sir. Was haben wir denn hier? Auch eine 8-8er. Die sind direkt gespottet, oder was? Ah, die 8-8er ist natürlich ein Problem da für uns. Dafür müssen wir uns mal Artillerie hier besorgen. Gut, die sind da rausgegangen. Der geht mal hier hinter wieder in Deckung. Die Art hier geht da hin. So, hier drüben sind sie jetzt auch angekommen. Der Scout ist da. Das ist schon mal gut. Die laden sich aus. Gehen da hier mit hin. Da müssten noch mehr, ja, noch mehr Infanterie nachkommen. Das ist sehr gut. So, wir nehmen die da ins Kreuzfeuer. So, die sind raus. Die 8-8er wird jetzt nicht so viel machen können, da. So, unsere Artillerie ist auf dem Weg. Die lädt sich bitte hier aus. Er schießt da weiter uns die Infanterie kaputt. Naja, gut. Okay, das sieht trotzdem gar nicht so schlecht aus. Wir müssen halt ein bisschen Verluste in Kauf nehmen. Die laden sich aus. Und pushen jetzt gemeinsam hier auf den Punkt drauf. Das ist raus. Bleibt da erstmal stehen. Ne, bleibt mal hier. Wir pushen da schön rein. Na, ihr seid gar nicht doomed. Die 8-8er geht uns halt auf den Sack. Ladet euch mal aus. Ihr werdet Team 9. Team 9. Und greift bitte die 8-8er an. Ja, das Stub da ist halt auch noch Packer. So, die Arti fängt gleich an zu schießen. Wir holen uns mal noch andere Arti dazu. So, da kommt die Arti. Die schießen schnell. Das ist gut. Wir holen uns mal hier hinten hin, Infanterie, dass wir eventuell die 8-8er umgehen können, weil das ist gerade echt scheiße. Oh, sehr gut. So, dann können wir hier hinten die Position angreifen. Die sind erstmal aus dem Feuer raus. Das ist okay. Und jetzt greifen wir dort das Führerstuck an. Wobei das passiert nicht wirklich. So, das ist Team 8. Das habe ich jetzt wieder für Einheiten ausgewählt. Dass der manchmal einfach partout nicht... Also, dass der partout diese Einheiten immer noch mit markiert hält. So, die 8-8er, wenn wir die rauskriegen, ist das schon mal viel wert. Hier ist noch eine Infanterieeinheit. Oh, scheiße. Das war unser Scout. Der war da offen. Die sind... Ja, genau. Wir greifen da mitten übers Feld an. Und hier... Scheiße, wie schnell der aber auch schießt. Der kann da echt noch sich drehen und nimmt uns da einen von den... Von der Infanterie raus, weil die aber auch hier querfahren muss. So, ein Bullshit. So, hier greifen wir eben erstmal den Mörser an. Ich würde erstmal den Versuchungs-LKW eventuell. Kommt schon, auf den zu Versorger. Und jetzt bitte einfach hier hinten ran pushen. Und ihr bewegt euch wieder mal hier hin, damit ihr von der anderen Seite unterstützen könnt. Das ist gut. So, und hier ist jetzt endlich die 8-8er raus. Jetzt können wir hier uns erstmal um den Versorger-L kümmern. Wenn wir den rauskriegen, gibt es noch ein paar Punkte. Okay, der geht nicht raus. Dann zieht euch erstmal zurück. Die sind tatsächlich... Ich habe die hier hingesetzt und die sind hier oben lang gefahren. Deswegen konnte die 8-8er die rausnehmen. Oh, jetzt ist scheiße. Wen haben wir denn jetzt wieder ausgewählt? Nein, warum... Warum habe ich die ausgewählt? Nie im Leben hatte ich die ausgewählt. Gut, hier oben scheint noch irgendwas zu stehen. In dem Wald oder so. Das ist aber jetzt egal. Dann atmen sich mal aus. Hier hat noch irgendwo Mörser stehen. Ja, hier hat irgendwo noch Mörser da hinten stehen. Und hier oben in dem Wald steht noch was. Okay, dann können wir die hier... Die Artillerie-Unterstützung da rein. Das dauert eine Weile, bis die schießen können. Ja, wir haben das trotzdem ganz gut im Griff. Wow, der countert uns sofort. Alter, was? Jetzt kommt er hier durch die Mitte gefahren. Ja, die Einheit reibt er da jetzt auf. Ah, da haben wir gewonnen. Da waren 1500 Punkte erreicht. Was ich manchmal noch nicht so ganz verstehe, ist... Warum ich Einheiten markiere, die ich nie im Leben markiert habe. So, und was wir hier gesehen haben, war halt das Problem... Dass er einerseits mit den Mörsern halt nervt... Und aber halt auch die Sturmgeschütze schon im Problem sind. Also, da muss man schon drauf achten. Und auch die 8-8er haben wir gesehen. Die treffen so präzise, hat man kaum eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Da muss man sehr, sehr viel Mikromanagement betreiben, dass man ja aufpasst, wie die Einheiten, die man reinführt ins Gefecht, wie die sich bewegen. Geht also besser. Trotzdem haben wir auch die Stärke dieser Division gesehen. Es ist halt tatsächlich die Infanterie. Also, die Infanterie ist wirklich, wirklich gut. Und wir haben auch viel davon. Und dementsprechend kann man damit auch sehr gut arbeiten. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf YouTube hier, die Kanalmitglieder und drüben bei Twitch. Das sind Parsifal, Kuliköde, Eivendal und Xynam. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.